Wie solltet ihr uns mehr für den Tierschutz einsetzen? Für den Tierschutz einsetzen ist insofern wichtig, weil, naja, Tiere sind auch gewissermaßen Mitbewohner der Erde und wir sind ja auch Tiere, also aus Tieren entstanden im Prinzip, weil ja alles von Tieren abstammt und wenn jetzt irgendwie Menschen, Tiere quälen und so, dann stellt sich mir die Frage, was gibt uns das Recht, Tiere so anders zu behandeln als uns jetzt? Ich meine, wenn man jetzt Tiere isst, ja, dann machen wir das gleiche mit den Tieren, was die Tieren mit den Tieren machen, also wir verhalten uns genauso. Wir essen ein Rind und eine Katze isst eine Maus, aber wenn wir die jetzt quälen oder für Tierversuche nutzen, das machen Tiere untereinander nicht und ich würde gerne wissen, was ihr dazu denkt und schreibt das in die Kommentare und schreibt in die Kommentare, was mein nächstes Thema sein soll, worüber ich mal ein bisschen, ja, tschüss!